Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Raging Blast 2. Ja, es geht weiter mit den Twitter-Fragen und ich möchte jetzt noch vorweg sagen, ich brauche wieder neue Twitter-Fragen, Freunde. Es kommt zur Zeit fast gar nichts mehr. Ich kann auch nur so wie sagen, solange keine Twitter-Fragen kommen, kann ich auch keine weiteren Videos raushauen. Deswegen, schön twittern, schön Fragen stellen und dann geht es auch weiter mit dem Projekt. Ansonsten muss ich das Projekt halt pausieren oder einstellen, ganz einfach. Und, ähm, ich würde mal sagen, dass wir jetzt weitermachen. Wir müssen diese Mission hier endlich mal schaffen. Es kann ja nicht so schwer sein, diese zwei Opfer zu besiegen. Ich meine, Kid Gohan ist irgendwo ein Opfer. Das ist die Holzsuche, Over 9000, Krillin stirbt andauernd. Ähm, es kann ja wohl nicht so schwer sein, oder? Dass ich diese zwei Charaktere hier besiege. So, kommen wir auch zur ersten Twitter-Frage. Die kommt von Dere Shedome. Er fragt mich, wie bist du auch der Meinung, dass man von Sabo viel zu wenig gezeigt hat? Ähm, Sabo gibt es ja jetzt erst Zeit wieder Dressrosa. Wir sind ja immer noch bei Dressrosa. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass man zu wenig von ihm gesehen hat. Ich finde, man hat aktuell sogar schon ordentlich was von ihm gesehen. Man hat ihn jetzt, äh, im Kolosseum gesehen. Man hat ihn, ähm, im Kampf gegen Fuditora jetzt gesehen. Ich weiß ja nicht, wie es im Manga jetzt gerade aussieht. Aber ich finde, bis jetzt ist es eigentlich ganz ordentlich. Also, wie gesagt, es kann ja sein, dass im Manga schon wieder mehr ist. Also, für meine Verhältnisse ist das auf jeden Fall schon mal gut, was man da gezeigt hat. Ähm, nach Dressrosa wird es natürlich auch weitergehen mit Sabo und so, hoffe ich. Ähm, da wird man dann auch hoffentlich in naher Zukunft dann wieder mehr sehen von ihm. Aber aktuell finde ich das auf jeden Fall so, wie es jetzt eben ist, ganz okay. So, ich muss jetzt echt aufpassen. Geh halt mal auf. Mein Gott. So, den haben wir schon mal besiegt. Ey, wenn ich das jetzt beim ersten Run schaffe, gell, dann fresse ich echt einen Besen. Hauen wir, kommen wir, kommen wir, kommen wir. Das wollte ich jetzt nicht. Das wird mir lange geliehen. Ich will meinen Key aufladen, weil ich... Ja, komm. Ist euch das... Ich weiß, man kann schützen und dann im richtigen Moment so nach links drückt, dann kann man den Strahl abwehren. Also, wegschießen sozusagen. Aber, oh, man... Okay. Eneut versuchen. Ähm, aber wie gesagt, also, ich finde, man hat von Sabo aktuell zu... Nicht zu viel gesehen, aber auch nicht zu wenig. Also, ganz normal eigentlich. Ähm... Von wem hat... Wo könnte man sagen, wo hat man am wenigsten gesehen? Ähm... Es ist echt schwer. Also, ich würde jetzt sogar sagen, Koala. Aber es ist jetzt auch nicht so ein wichtiger Charakter, oder? Oder wie seht ihr das? Also, ich würde die jetzt nicht so als mega wichtig ansehen. Keine Ahnung. Vielleicht einfach so das kleine Trickler von Sabo. Natürlich. Kann ich gleich vergessen. Neustarten. Mann, ey, das ist übel schwer. Kommen wir zur nächsten Twitter-Frage. Und die kommt von Yannik Wiederkehr. Das ist ein super Name. Äh, Hashtag Aspuki. Wenn du einen Susanoo hättest, was für Fähigkeiten hätte es? Äh, Farbe wäre auf jeden Fall Lila. Ich meine, Lila ist meine Lieblingsfarbe. Äh, dann müsste es eine Fernkampfwaffe haben. Und gleichzeitig auch eine Nahkampfwaffe. Am besten einen Bogen. Wo zum Beispiel... Es gibt ja auch einen Bogen, wo zum Beispiel irgendwie so eine Klinge vorne dran ist. Dass wenn man in den Nahkampf kommt, dass man zum Beispiel einen zustechen kann oder so. Ähm, auf jeden Fall einen Bogen. Ich weiß, es klingt jetzt schon wieder fast nach Saskisheim. Wegen Lila und Bogen und so. Ähm, aber meiner müsste auch Flügel haben. Der müsste wirklich fliegen können. Das wäre richtig geil. Wenn er wirklich aus der Luft diese Pfeile abschießen könnte. Und das wäre auf jeden Fall bei mir auch Pflicht. So, mein Süßer. Das war's. Boah, der hat es überlebt. Du kleiner Rabauke. Nein, nein. Huh. So, den haben wir besiegt. Ähm, ja. Also, er müsste auf jeden Fall fliegen können. Und dann am besten solche brennenden Pfeile oder so schießen. Müsste jetzt nicht mit Amatara so selber sein. Das kann auch normales Feuer sein. Ich mein, Shizui hat es ja auch im... Die kriegt mit normalem Feuer. Und ich fress einen Besen, wenn ich diese Drecksmission nicht schaffe. Wirklich. Das kann es ja wohl nicht sein. Die Gegner sind nicht stark. Wirklich, die sind nicht stark. Mann, ey. Es kann sein, dass euch sowas auch langweilt. Das ist schon klar. Aber, äh, es sind jetzt noch zwei Missionen, die ich machen muss. Und, äh, dann bin ich eigentlich, glaube ich, schon fertig mit Freezer. Haut weg. Huh. Gohan hat nichts gemacht. Wissen, Gohan ist ja noch ziemlich einfach. Also, den kriege ich ja ziemlich schnell runter, seht ihr. Ja, aber Krillin, der nervt irgendwie. Ich glaube, der rächt sich einfach nur an Freezer. So, und jetzt töte ich ihn. Ende. Tschüss. Jetzt muss ich aufpassen, weil jetzt steht, glaube ich, Krillin gleich neben mir. Weil wir kämpfen am Spawnplatz. Oh, ganz ruhig, Spooky. Das kriegst du hin, diesmal. Glaube an deine Macht. Ich würde aber gerne mal mich verwandeln. Und dann meine Ulti-Einsätze, weil ich habe die noch gar nicht gesehen. Das wäre schon ziemlich geil, wenn ich das vielleicht auch mal hinkriege. Also, was ich jetzt mal von euch wissen möchte, was wäre denn euer perfektes Susano? Farbe, Attacken, äh, Aussehen. Aussehen kann ich euch jetzt... Ich weiß nicht, wie soll denn der aussehen? Das Aussehen passt sich ja dem Charakter selber an, wie der Charakter eben ist. Deswegen ist das schon ein bisschen schwer zu sagen. Krillin! Ohne Witz! Du hast mich bei Dragon Ball Advanced Adventure aufgeregt und du regst mich jetzt schon wieder auf. Irgendwann. Irgendwann. Wirklich. Pflanzt dich irgendwas auf deinen Kopf, dass da irgendwie Gras wächst oder so. Keine Ahnung, ey. Ohne Witz. Du nervst mich. Der erreicht schon fast die Grenze von Piccolo. Und Piccolo hasse ich, Freunde. Also, besonders in Raging Blast 1. Da habe ich... Ich habe das ja auch letztendlich... Da habe ich so einen Rage-Part damals rausgehauen, ey. Wo ich gegen Piccolo gekämpft habe. Ich glaube, das war sogar einer der ersten Parts, ey. Könnt ihr euch ja mal angucken. Da seht ihr, glaube ich, Piccolo auf dem Thumbnail oder so. Das hat so aufgeregt damals. So, ich muss jetzt kurz mal die nächste Twitter-Frage raussuchen. Die kommt von Coolboy3549. Er fragt... Hashtag Aspookyboy, was war deiner Meinung nach dein bestes und dein schlechtestes Let's Play? Mein Bestes war... Mein Bestes war J-Stars Victory Versus, fand ich. Ich bin einfach mega stolz drauf, dass ich das irgendwie hingekriegt habe. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe es hingekriegt. Das ist meiner Meinung nach mein bestes Let's Play. Und mein schlechtestes würde ich sogar sagen, dass es mein erstes Let's Play war. Aber da bin ich bis heute noch nicht so zufrieden, aber ich möchte es trotzdem online lassen, weil, wie gesagt, das war mein erstes Let's Play. Und, ähm, ja. Ich meine, da habe ich damals Castle Crashers gespielt. Mit zwei Abonnenten waren das. Also, das waren jetzt nicht Kollegen von mir, das waren wirklich Abonnenten, die ich damals hatte. Das waren zwei oder drei Abonnenten, die ich damals hatte. Und da habe ich mir gedacht, komm, haust du mal mit denen irgendwie ein Video raus? Und, äh, jo, das habe ich dann gemacht und habe das dann fertig gemacht. Ich glaube, das hat neun Parts oder so, wenn ich mich jetzt nicht irre, Castle Crashers. Könnt ihr euch mal geben, da hatte ich auch noch damals mein Hammer-Headset und so. Also, ganz, ganz schlimm, Freunde. Also, die Quale ist ja wirklich unterirdisch in diesem Video. Und ich möchte das in diesem Part jetzt schaffen, verdammt. Ich möchte jetzt euch zeigen, wie ich es schaffe. Das kriege ich hin. Euch nervt das wahrscheinlich jetzt schon, aber ich kriege das hin. Ich möchte das jetzt zeigen. Ich will das jetzt heute mal nicht cutten, das kann es ja wohl nicht sein. Das einzigste Problem bei Freezer ist, der hat so einen kleinen Radius irgendwie. Wenn ich den wegkicken will, der hat so einen kleinen Arm eben. Moment mal, wir verwandeln uns mal. Ich hoffe, das nimmt mir jetzt nicht zu viel Energie. Und dann kann ich gleich mal meine Ultra-Attacke starten, weil die will ich die ganze Zeit schon sehen. Keine Ahnung, was es ist. Ich hoffe jetzt nicht so ein Sprintangriff. Das wäre scheiße. Und? Tatsächlich ein Sprintangriff. Ja, super. Mann, ey, als ob ich es nicht gewusst hätte. Ja, na, 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 na. Hauen wir weg, komm. Loil. Fast nichts abgezogen. Ah, weg von ihr. Böse Energiekugeln, böse Energiekugeln. Lasst mich in Ruhe. Ich bin ganz lieb. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht. Der kommt angeflogen. Oh, Freunde, das ist gar nicht so einfach. Hauen weg. Oh, Alter, der hätte mich fast erwischt. Ähm, ja, wegen der Quali halt. Selber ist, finde ich, dass mein, mein Castle-Crash ist schon mein schlechtestes irgendwie. Also, gefällt mir bis heute nicht. So, und jetzt sehen wir endlich mal die Ulti. Boah, ist das brutal. Und, bam. Wenn ich damit Grelin treffen würde, dann würde ich ihn, glaube ich, auch killen. Hm. Ich glaube, ich schaffe das jetzt. Ich finde, gut möglich sein, dass ich das heute mal schaffe jetzt. So, testen wir es mal. Wenn ich ihn von hinten angreife, dann passt das. Ah, scheiße, jetzt greife ich doch von vorne an. Jetzt mach, jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das Schaden das macht. Erstech ihn, zack. Zack, zack. Wegwerfen. Und, Strahl-Attacke. Ja. Wenn ich jetzt noch einmal hinkriege, dann habe ich es endlich. Bitte, bitte, bitte. Ja, 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 ja. Oh mein Gott, ich hab's. Aha, aha. Oh yeah, oh yeah. Grelin, ich hab's dir bewiesen. Krieg's hin. Nach circa 10 Minuten habe ich es endlich hinbekommen. Super. Ah, ich bin doch der Beste, oder? Ja, Schulterklopfen. Und dann noch mit dieser Fresse, Alter. Du machst mich geil. Okay. Äh, kommen wir zur letzten Mission. Es kann sein, dass vielleicht noch eine kommt. Aber eigentlich sollte jetzt keine mehr kommen. Außer der Dragon Ball. Ach, das haben wir jetzt auch freigeschaltet? Das ist sogar, glaube ich, so ein Z-Kampf. Das kann sein, dass jetzt da Goku kommt. Kann sein. Wissen wir natürlich nicht. Schauen wir mal. Also, Freeza möchte ich heute auf jeden Fall beenden. Das mache ich heute. Ich siege alle Gegner. Gegner beginnt mit wütender Seele. Gott sei Dank habe ich normale Leben. Okay, dann machen wir das mal gegen Piccolo und Vegeta. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Die kommt von Mirrell. Er fragt, Hashtag a Spooky Boy. Wenn ein viertes DLC für Dragon Ball Xenoverse kommt, welche Charaktere hättest du am liebsten? Kann ich dir gleich schon mal einen sagen. Und zwar wäre das Baby Vegeta, das Now endlich mal seine Fresse hält und mich damit immer nervt. Ich meine, immer wenn ein neues DLC kommt oder irgendwie das DLC released wird, dann sagt er, ich will Baby Vegeta. Das DLC ist scheiße. Immer diese scheiß Antwort. Deswegen auf jeden Fall Baby Vegeta, das Now mich damit in Zukunft in Ruhe lässt. Ähm. Und ansonsten würde ich gerne Ud noch haben. Und, äh, wen würde ich noch gerne haben? Muss ich gerade überlegen. Janemba. Boah, Janemba, ganz genau. Diese drei Charaktere, auf die hätte ich so Bock. Janemba, ey, das wäre so geil. Jure Transformation aus. Achso, gar nicht geguckt. Dann mach ich mal. Ich hoffe, ich hoffe, dass ich mich nochmal verwandeln kann. Also Janemba, Ud und Baby Vegeta. Das würde mir eigentlich schon reichen, wenn diese drei Charaktere kommen. Mehr brauche ich eigentlich nicht mehr. So. 2000 Scheiß. Guck mal, ich habe mich verwandelt und jetzt kassiere ich plötzlich. Wie geht das? Hä? Hier, vier, vier, drei. Ah, okay. Fingerstrahl. Das ist kein Fingerstrahl. Äh, äh, ich soll mich verwandeln, aber ich kann mich nicht zurückverwandeln, das weiß ich. Hä? Wie soll ich einen Fingerstrahl machen? Ich kann mich verwandeln, da verwandle ich mich vielleicht. Ah, Fingerstrahl kann ich da machen, stimmt. Oh, ich liebe diese Musik im Hintergrund. Hört ihr das? Oh, die verleiht ihr einem richtig Power, würde ich mal sagen. Plus. Wie schnell ging es denn weiter jetzt? Alter. He, Kolo. Du, das Gemüse, du, Alter. Jetzt bin ich dran. Das ist der Todesstrahl. Fingerstrahl ist rechts. Oh Mann, ey. Unnötig. Okay, jetzt kommt noch ein Gegner, Vegeta. Und jetzt habe ich noch so viel Zeit, das da einzusetzen. Vegeta. Ach, die sind alle in diesem scheiß Modus drin, ne? Ernsthaft. Leg dich nicht mit mir an, Vegeta. Nein, das wollte ich gar nicht. Oh nein, ich kann keine Super-Attacken jetzt einsetzen. Ey, das ist doch ein Witz, Alter. Ich bin nicht auch in diesem wütenden Seelen-Modus. Ich bin halt übel schnell und übel stark jetzt für die kurze Zeit. Ach Gott, ist das scheiße. Ähm. Welche Charaktere würdet ihr euch eigentlich noch gerne wünschen, Freunde? Echt mal. Also, wahrscheinlich auch Baby Vegeta. Dabra vielleicht. Würde ich mir auch vorstellen, dass sie das eine wollen. Babidi. Konnte man ja auch in Budokai Tenka-Shi 3, glaube ich, letztendlich benutzen. Let's play. Benutzen. Ja. So, jetzt bin ich dran. Betroffen. Hä? Griff mit dem Super-Angriff. Fingerstrahl habe ich doch. Das war der Fingerstrahl. Moment. Ey. Vegeta. Geh dich hier hängen. Wirklich. So, hau ihn weg. Na, scheiße. Alter, ich habe nicht alle Herausforderungen geschafft. Oh, ist das Bild hässlich. Mit der Fresse, Alter. Super. Das ist, glaube ich, das Fun. Ne. Habt ihr die Fresse gesehen? Ich finde das irgendwie geil. So. So, ähm, eine, ne, wie viel, oh Gott, einige habe ich hier noch. Alter, da geht ja noch ein Gebiet auf. Der Hammer, wie viel kommt da denn noch? Also jetzt kommen wir zum Dragonball-Kampf. Das ist sozusagen immer der Endkampf. Wenn man zum Dragonball-Kampf kommt, da kriegt man dann den Dragonball. Und dann hat man eben den Planeten abgeschlossen. Da müssen wir gegen Goku kämpfen. Besiege unter gewissen Umständen stärker werdende Gegner. Gegner aktiv wird wühnende Seele, wenn verbindlich Gesundheit bei zwei ist. Gegner wird erheblich stärker werden. Ja, super. Da freue ich mich. Sehr schwer. Hauptsache nicht ultimativ. Das passt dann. So, die nächste Frage kommt von Christoph Schwab. Hashtag uspookyboy. Wenn du in der Welt von Avatar leben könntest, welche Bändigungsfähigkeit würdest du dir denn gerne haben wollen? Ähm. Es gibt ja Wasser, es gibt Erde, es gibt Feuer, es gibt Luft. Luft wär's jetzt nicht. Wasser wär's jetzt auch nicht. Wasser wär's bei Now, das weiß ich. Ähm. Entweder Erde oder Feuer. Ich würde aber dann doch eher dann zu Feuer tendieren, weil... Viele wissen ja, dass ich's ziemlich gewalttätig mach. Ich mach so Explosionen und sowas. Und, ähm. Da ist die Feuerbändiger Kraft, kann man das so nennen, ähm. Dann doch eher mein Fall. Also auf jeden Fall Feuer. Was aber auch zu Wasser... Ich könnte sogar auch mir vorstellen, dass ich Wasser nehme. Aus dem einfachen Grund. Weil, wenn man das Wasserbändigen ausübt, sozusagen, kann man das Blutbändigen machen. Und das ist verboten, ja. Aber, wenn du zum Beispiel gegen einen Gegner kämpfst, der wirklich tierisch böse ist, sagen wir's mal so. Dann, ähm, ist es ja eigentlich ganz hilfreich, wenn man dann das Blutbändigen kann. Weil, man kann dann wirklich einen Menschen kontrollieren, wie so eine Art Gruppe. Und das wäre dann doch irgendwo geil. Ich versuche noch schnell zu Füße zu kommen und dann so mit meinem Todesball fertig zu machen. Wäre richtig passend. Echt nervend, dass man sich immer verwandeln muss. So. Ich weiß, man kann die Kalitäre auch so auswählen, aber in dem Galaxy-Modus funktioniert das nicht. Oh Gott. Jetzt kick ihn mal weg. Was? Was? Geh ihn weg. Was? Perfekt. Und jetzt hau ihn weg. Scheiße, der ist nicht weg. Mann, jetzt, ich will doch meine Super-Attacke einsetzen. Lass mich mal kurz, Goku. Ich will keine Freundschaft. Nein, wir sind keine Freunde. Ich werde Namek zerstören. Hier und jetzt. Das Ende der Galaxie ist nah, mein Freund. So, Ende Gelände. Nimm das. So, Freunde. Das haben wir jetzt auch geschafft. Ich glaube, also eine weitere Mission kommt jetzt erstmal nicht. Frieza. Also ich finde Frieza einen super Charakter. Ich fand ihn als Gegner richtig geil. Cell fand ich langweilig. Und Boo. Ja. Bei Boo kannst du ja nicht wirklich viel sagen. Der hat ja die ganze Zeit eigentlich nur rumgeschwingen wie so ein Irrer. Ähm. Deswegen würde ich schon eher auch Frieza sagen. Aber das hat ja nichts jetzt mit diesen Fragen zu tun. Aber ich würde jetzt eher sagen zu Feuerbändigen. Feuerbändigen. Das wäre schon so meine Fähigkeit auf jeden Fall. Die ich nehmen würde. Wir können tatsächlich noch eine Mission machen. Ernsthaft? Wie viele Missionen kommen denn hier? Also die möchte ich jetzt auch noch machen. Dann haben wir Frieza komplett fertig. Ah, wir schalten irgendwas frei. Und zwar Metal cooler wahrscheinlich. Ne cooler. Und was ist denn mit Meta? Lol. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Geh mal hoch. Freunde, ich kann nichts drücken. Hä? War das gerade ein Bug oder so? Ich kann nichts bewegen. Ich glaube, ich muss erstmal zu Cooler rein kurz oder so. Geh mal kurz zu Cooler rein. Habt ihr irgendwas aufploppt? Ne. Hä? Kann ich Frieza... Ne, ich kann nichts tippen. Das geht nicht. Da, dass ich es hört. Was ist das denn? Egal. Dann passiert halt. Ja, dann würde ich doch eher sagen, an dieser Stelle stopp. Wir machen dann im nächsten Part weiter. Wie gesagt, Freunde. Ich habe es ja am Anfang des Parts auch schon gesagt. Ich brauche neue Fragen. Ganz viele neue Fragen. Deswegen geht mal bitte auf Twitter, stellt mit dem Hashtag AskSpookyBoy wieder neue Fragen. Wie gesagt, es muss mit dem Hashtag AskSpookyBoy sein, weil sonst kann ich die Frage nicht lesen. Es gab schon einige Kandidaten, die das mit AddAskSpookyBoy gemacht haben. Nein, ihr müsst es mit dem Hashtag machen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und, ähm, ja. Das war es dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Töterlö. Töterlö. Töterlö.